Wir bei Brita warten nicht darauf, dass jemand anderes die Welt rettet. Wir packen es selbst an. Unsere Wasserfilter sparen unnötigen Plastikmüll ein und machen Haushaltsgeräte langlebiger. Unsere Filterkartuschen recyceln wir sogar schon seit mehr als 30 Jahren. Und wir arbeiten auch an uns selbst, mit nachhaltigen Produktionsstätten. Aber das reicht uns noch nicht. Deshalb veranstalten wir Clean-Ups an Flüssen und Küstengebieten, um unser Wasser zu schützen. Außerdem ermöglichen wir zusammen mit der Arche sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, jederzeit frisches Trinkwasser unverpackt genießen zu können. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist nicht überall selbstverständlich. Deswegen unterstützen wir jetzt Plan International, um mehr Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Mit dem SVW in Wiesbaden treiben wir dieses Engagement voran. Die Herausforderung ist groß, aber die Kraft des Miteinanders ebenso. Packen Sie mit uns an. Gemeinsam für mehr Trinkwasser.